Viele Leute kennen das, sie wohnen in einer absoluten Bruchbude, hätten gern ein richtig nices Zuhause und wollen natürlich richtig viel Bling Bling in der Butze haben, verstehst du das? Aber ganz viele können sich das nicht leisten und die aller Ultras GmbH kann helfen. Mein Name ist Kato de Kalle Kuschinski und ich pimp dein Haus, alla. Do, du wärst gern ein Player, doch bei dir sieht's kacke aus, der Kalle kommt näher, der Junge pimp dein Haus. Damn right. Hallo! Herzlich willkommen zurück zu Hausflipper. Heute habe ich mir was Besonderes überlegt. Ja, wir haben das ja letztes Mal schon so ein bisschen mit dem Fabzimmer integriert, alla. Und ich dachte mir, Mensch, wieso nicht einfach wirklich zu Leuten hinfahren und deren Hütte mal so richtig, so richtig, so richtig aufpimpen, alla. Dafür müssen wir natürlich ja wieder schön an unseren Läppischleppi, ey. Und wir haben wieder drei E-Mails. Jens, Amanda und Markus. Amarantrote Wände? Was sind Amarantrote Wände? Was ist Amarant, alla? Amanda, alla. Bonjour. Ah, das ist doch schon mal gleich, äh, französisch. Ich würde doch gerne dem recht schlichten Haus, welches gekauft habe, ein wenig mehr künstlerisches Ambiente verleihen. Also ich fühle mich hier gerade wirklich dazu berufen, da zu Amanda zu fahren. Das ist schon der erste Satz, der holt mich direkt ab. Ich hätte gerne einen Teil der Wände in Amarantrot. Ich weiß zwar immer noch nicht, welche Farbe das ist, aber das kriegen wir sicher hin. Die restlichen Wände würden perfekt in Grau aussehen. Ah, das weiß ich noch nicht. Sehen wir dann. Ach, hätte ich fast vergessen. Könnten sie auch die kaputten Steckdosen reparieren? Im Voraus merci. Ja, dann würde ich sagen, äh, lasst Miranda, Amanda, denn sie will ja, ne? So, akzeptieren. Gratuliere, du hast ein neues Werkzeug freigeschaltet. Nun kannst du die Wände mit einem Pinsel streichen. Du musst nur mit dem Tablet Farbe kaufen. Na, immerhin ist keine Tablette mehr, ne? So, schließen. So, dann gehen wir mal rein hier. Amanda, ich bin's, ein Kalle Kutschinski. So, dann gucken wir von Amanda mal die Hütte hier an. Müssen den ganzen Pupps ja hier erstmal inspizieren. Und deswegen gehen wir mal jetzt hier so durch. Also, dass die das mit dem Fernseher immer da an die Seite tun, ich weiß nicht. Finde ich nicht so supi. Schönes, schönes Schlafzimmer haben sie auch, die Amanda. Ich weiß nicht. Scheint alleine zu leben. Och, guck mal hier. Was haben wir denn da für ein schickes Foto? Ansonsten haben wir hier auch noch ein Zimmer. Ah, das ist ein Kinderzimmer. Und ein Pädobär. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, hier schon direkt mit Computer und alles. Hier wird E-Sport schon direkt groß geschrieben. Aber Amanda, ich sag dir mal was. Hol mal für deinen Knirps oder für dein Kindchen hier oder was du da hast. Hol doch mal so einen Gaming-Stuhl, weißt du? Weil hier, da kriegst du echt Rücken auf Dauer. Da kannst du ja nicht den ganzen Tag zocken. Ich meine ja nur. Jetzt haben wir alles gesehen. Und wir sollen ja hier eigentlich streichen. Aber wir haben ja das... Das Special-Programm geplant. Und da kann die Amanda sich mal freuen, was der Kalle Koschinski für sie hier zaubert, Anna. Jetzt sollen wir erstmal ein amaranthfarbenes Abenteuer und grau die Scheiße hier streichen. Warte mal, ich kann doch bestimmt hier amaranth. Amaranth. Aha, guck mal hier. Kannst du direkt suchen. Das ist jetzt... Okay, naja. Warte mal, ich muss hier den Farbtopf hinstellen oder was? Ah, hier, streichen. Belohnt. Ich muss die Dose mit Farbe füllen. Ach so. Ah lol, das wird dann immer weniger. Ah, guck mal hier. Ah, wieder mit Farbe füllen. Oh, und die Farbe ist auch irgendwann leer. Oh, krass. Allein, wie lange soll ich denn die Scheiße hier streichen? Das dauert ja Jahre. So, amaranthfarbenes Abenteuer wird eingeleitet. Guck mal, wie der Kalle hier streichen kann. Zum Glück muss ich die ganze Scheiße hier nicht rausräumen. Ich kann einfach so hinterm Fernseher streichen. Finde ich supi. Ich habe noch eine Fähigkeit. Ich kann streichen skillen. Das ist ja geil. Keine Farbe mehr verschwinden. Das ist doch belohnt. Und weiter geht's. Okay, es wirkt jetzt schon deutlich effizienter. Also da haben wir einen ganz, ganz, ganz großen Schritt nach vorne gemacht. Hier. Das geht richtig rucki zucki jetzt. Wir machen auch schon ordentlich Cash. Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe schon wieder einen Malpunkt. Alter, ich bin hier der, ich bin ein richtiger Maler geworden jetzt schon. Ich glaube, ich will einfach hier erstmal Grundlagen der Malerei, die sind halt supi. Je weniger du verbrauchst, desto besser kommst du voran, glaube ich. Also ist so meine These. Was habe ich denn jetzt gestrichen? Oh, diese kleine Pissrille ist nochmal ein extra Feld. Aber mir entgeht hier nichts. Ha! Aber das war ganz schön gemein, du. Jetzt haben wir unseren Auftrag theoretisch beendet. Aber jetzt geht's ja eigentlich erst los. Wenn ich hier das Badezimmer so sehe. Und ich meine, wir sind ja jetzt im Streichen schon recht fortgeschritten. Du kommst hier so rein und denkst dir so, boah, ist ja widerlich, ey. Ich finde gerade, das Klo ist ein Ort des Geschehens. Und da muss man, muss man sich wie ein König fühlen. Und hier ist viel zu wenig Blink, Blink drin. Viel zu wenig Gold. Deswegen gucken wir jetzt mal in den Shop und gucken mal, ob wir uns jetzt hier noch eine schicke Farbe in Gold irgendwie so leisten können. Mandarine, Orange, Alter. Entschalte ich mal, Mandarine oder Orange. Sonnengelb, Kaffee mit Milch. Ich suche Gold. Morgengelb. Morgengelb, ist das Pisse oder was? Ich finde aber auch, purpurfarbiges Maiglöckchen ist auch das Beste, was man da im Klo noch benutzen kann. Wir nehmen das jetzt einfach mal. Stellen hier mal so einen Eimer rein. Und jetzt werden wir das auch dann tatsächlich in der Farbe hier mal streichen. Ich weiß, das wollte die nicht. Aber wir machen das jetzt. So, das sieht ja schon gleich viel besser aus. So. Weg hier, du Lampe. So, Farbe haben wir schon mal. Jetzt müssen wir natürlich hier noch irgendwie gucken, dass wir hier den ganzen Scheiß irgendwie schicker machen. Das heißt, wir gehen nochmal in den Shop rein und gucken mal. Möbel. Ich weiß jetzt ja nicht, wie groß die Möbel hier sind. Stilvoller Hocker. Den will ich. Den will ich hier vorne. So, goldener Klopapierhalter. Die hat sowieso keinen Klopapierhalter, die Amanda. Wie will die denn fappen, ey? Das geht doch nicht. So, du kriegst ja auch mal eine Rolle, damit du auch mal die Puperze abwischen kannst. Deckenventilator, falls man mal wieder beim Kacken schwitzt. Finde ich, kann man auch einen gebrauchen. Ach, was sage ich? Ein schön vier Deckenventilatoren. Da bleibst du ja richtig fresh. So, wir brauchen hier natürlich ein paar Bilder. Was entspannt ist, würde ich sagen. Hier so ein paar Blümchen. So, hier. Zack, machen wir mal da hin. Das sieht supi aus. Lampen. Lampen sind supi wichtig. Hier muss die Hütte auch brennen. Also hier muss richtig, die Lampen müssen an sein. Da brauchen wir natürlich auch was prunkvolles. Kronleuchtertulpen. Ja, weil es auch die Amanda ist, ne? So, packen wir mal da einen hin. Elektrische Ausrüstung. Now we're talking. Was wir ja nicht so wirklich haben. Also wir brauchen hier natürlich einen Fernseher. Ich meine, hier beim Kacken schön TV oder Playzizocken ist ganz normal. Ist doch ganz normal, Allah. So, nehmen wir natürlich den HD-Monitor. Keine, keine Frage. Der passt hier nicht rauf. Das ist ja Tischscheiße. Kann ich den irgendwie verkaufen? Dann machen wir nochmal einen anderen Tisch. Ich glaube, wir nehmen Slim. Der könnte passen. Scheiße. Dann gucken wir mal, ob es der Kaffeetisch ist. Der könnte sein, ne? Ja, hast du doch hier schon mal eine kleine Glotze noch mit dran? Weißt du, sitzt du hier so, bist so am Kacken, guckst dir das neue Kalle-Video an oder so. Das wäre doch richtig geil. Und dann, drückst du richtig einen weg. Kaffeemaschine fände ich auch gut, denn Kacken macht durstig und das kostet natürlich auch Energie. Das bedeutet, wir stellen hier nochmal eine schöne Kaffeemaschine hin. Man muss natürlich auch alles immer vom Klo erreichen. Das ist ganz wichtig. Man muss sich nicht bewegen. Das bedeutet, man sitzt hier also auf diesem Pott. Lass mich mal auf dem Pott. Sitze hier so und denke so, oh, schön. Kannst du noch ein bisschen aus dem Fenster gucken? Dann machst du dir nochmal ein schönes Käffchen. Hier stellen wir auch nochmal einen Lautsprecher hin, damit wir natürlich beim Kacken den Dolby Surround-Sound haben. So, einen Kühlschrank, äh, äh, straight out of Japan bekommst du auch noch. Man muss natürlich aufpassen, dass man noch an die Waschmaschine kommt. Du, äh, du kannst quasi schon jetzt hier drinnen wohnen. Verstehst du das, Amanda? Du hast einen Fernseher. Du kannst hier kacken. Du hast einen Kühlschrank, a la, mit schön frisches Bier. Äh, und vielleicht noch ein paar Snacks mit drin oder so. Und du kannst natürlich fetten, weil du vorher keine scheiß Fettrolle hattest, aber jetzt habe ich es für dich gemacht. Dolby Surround-System, Kaffeemaschine ist auch da. Ich weiß nicht, ob da noch vielleicht der feine Schliff fehlt. Ich habe dir noch eine kleine Sandruhe mit hingestellt, damit du gucken kannst, wie lange du kackst. Es sieht halt schon, es sieht halt von außen, sieht es auch schon sehr schön aus, muss ich sagen. Es ist halt mitten in der Nacht. Ich weiß gar nicht, wann die Amanda nach Hause kommt. Und weint die ein Zar-Klo? So, für die Double-Shit-Experience habe ich euch jetzt nochmal ein zweites Klo hingestellt. Du und dein Kind, ihr könnt dann auch mal zusammenkacken gehen. Oder du mit deinem zukünftigen Partner, Allah. Mit der FEP-Rolle müssen wir mal gucken, wo wir die hinmachen. Die ist natürlich jetzt hier so ein bisschen im Weg. Aber die können wir auch ein bisschen höher einfach hängen. Da könnt ihr euch auch mal so ein bisschen drum streiten, wer das nächste Papier bekommt. Ansonsten Dolby Digital hier. Die können wir auch hier an die Seite stellen, das juckt nicht. Das mit der Waschmaschine könnte jetzt ein bisschen eng werden. Da müsst ihr mal gucken, wie er es dann regelt. Hier ist noch sehr viel Platz, finde ich. Das heißt, da muss auf jeden Fall noch was hin. Klasse. Also, wenn das nicht romantisch ist. Wenn das nicht romantisch ist. Hier ein schöner Ofen noch mit drin. Also, ich weiß nicht. Ich bin, glaube ich, einfach ein Installationsgott. So, um nochmal mitzuteilen, was unser eigener Auftrag eigentlich war. Wir sollten für Amanda hier schön in Abenteuerkacke irgendwas malen. Haben wir natürlich gemacht. Wände sehen schön aus. Ansonsten haben wir den Laden relativ unberührt gelassen. Denkt sie. Aber dann musst du ja irgendwann mal scheißen. Und dann denkt sie sich, oh, ich muss voll kacken. Was mache ich denn da? Ach ja, ich habe ja ein Klo. Und dann kommt die Überraschung. Und da freuen wir uns auf die Reaction. Weil dann kommt sie hier rein. Und öffnet die Tür. Und sieh das. Ich finde wirklich, wir haben das klasse gemacht. Man kann hier zu zweit Karten geben. Dank der Sanduhr auch um die Wette scheißen. Ja. Zur Erholung dann ein schönes Käffchen hinterher. Oder ein frisches Bier. Dabei kann man sich immer das neueste Video vom Kalle angucken. Also abonniert den Kanal, Alter. Und man hat noch ein schönes romantisches Ambiente. Durch die schönen Ofen. Und heiß ist einem auch noch. Aber falls einem zu heiß wird, da haben wir natürlich auch vorgesorgt. Hier oben sind vier Ventilatoren angebracht. Also wenn es mal zu hot in der Bude wird, dann kacken, schwitzt man ja auch mal so ein bisschen. Dann einfach die Dinger rotieren lassen. Und dann lebt der Lachs. Wenn wir uns die ganze Kacke nochmal von draußen angucken, sieht das nämlich folgendermaßen aus. Hat man hier einen sehr, sehr schönen Einblick natürlich bekommen. Und es sticht natürlich sofort ins Auge durch die Purple Farbe. So Amanda, würde ich sagen, you officially have been pimped, Alter. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, tschüss. Bis zum nächsten Mal.